Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen Video bei der MAJ Family, yeah! Wir haben die 100 geknackt, Leute! Hätte ich niemals gerechnet, ich schwöre euch. Ich habe gedacht, wir bekommen nur 50 Abonnenten oder sowas, aber mehr nicht. Ja. 5. Okay, 5. Nice. Herzlichen Dank, Leute, für die 100 Abos. So viele Aufrufe habe ich euch auch nicht erwartet. Richtig klasse, toll von euch. Super für den Support. Danke an alle, die uns supportet haben, die Videos geteilt haben und vieles mehr. Ich danke euch echt. Top! So fleißig geteilt und geliked und supportet. Wir sind euch echt dankbar. Coole Sache. Danke, dass wir so einen starken Support haben. Echt cool. Dankeschön, wirklich. Danke für die Feedbacks, für die Kommentare. Echt cool. Daher haben wir uns gedacht, holen wir unsere Stargäste heute schon. Die erste Gäste ist einer der größten Filmstars in der Welt. Will Smith. Die ist Stephanie! Yay! Hi! Hi, Steffi! Hi! Natürlich kommt noch ein anderer Stargast und das wäre der... Alex! Aka XNXX! Hi, Alex! Ja, Alex! Grüß euch! So, da wir, wie versprochen, Stargäste zu unserem Video geholt haben, haben wir natürlich auch was geplant. Wir haben vor, ein Wer-würde-er-Video zu machen. Aber Leute, nicht so ganz normal mit Zetteln und bla bla bla. Nein, wir machen das heute mit Mehl. Koks. Ja. Und wir tunken die Käpte rein. Wow! So, natürlich haben wir auch noch einen speziellen Gast. Er ist professioneller Reader. Hier kommt meine kleine Schwägerin. Wow! Wow! Aka Model, aka Instagram Star. Alles klar, passt. Thank you! Sie stellt uns dann die Fragen, was sie ausgesucht hat. Also, keiner weiß, was da los ist und was da, ja, was für eine Frage gestellt wird. Seid ihr bereit? Bereit! Bereit! Wer würde eher sein ganzes Geld in einem Casino ausgeben? Oh Gott. Überall Kokain! Wer würde eher wegen seines Benehmens aus dem Flucht fliegen? Wer würde eher nach einer durchzechten Nacht mit einem Tattoo auf dem Po aufmachen? Oh Gott! Wie sagt man das? Wer würde eher für ein Jahr nicht Playstation spielen? Keiner. Wer würde eher sich jetzt spontan nackt ausziehen? Wer würde eher eine glatte schneiden? Oh shit! Oh shit! I want to break free! Oh! 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 Oh shit! Wer würde eher in der Öffentlichkeit furzen und es auf den anderen... Oh shit! Oh shit! Wer würde sich eher nach drei Wochen duschen? Die erste Frage. Das kenne ich nicht. Wer würde eher den Namen seiner Frau auf der Stirn tätowieren? Oh ja! Das wird im Klingel! Ja. Oh yeah. Huh? Wer würde eher das Mutterseetchen sagen? Wer würde eher ein ROB alors ist das Rodrigo? Wer würde eher das Mutterseetchen sein? Wer würde eher das Mutterseetchen sagen? Wer würde eher das Mutterseetchen stellen? Omg. Oh shit! Er Yours eben? Oh shit! Okay? What the cu ethos cho мнji? Das benutzier libros! Das IDEN dasU also.. So, egal. Bro, das Mail verändert dein Gesicht, du. Letzte Frage, wer würde eher eine Bank ausrauben? Oh, ja. Sogar zusammen. Übertrieben. So, ihr hattet auch noch Spaß? Ja. Jetzt sind sie Frauen. Jetzt sind sie da. Also, wer würde eher ohne Make-up durchhalten? Oh, Schatz. Wer würde eher sich ein Jahr nicht rasieren? Wer würde eher ein Jahr auf sein Handy verzichten? Wer würde eher ein Päral, die Münzen klauen? Wer würde sich eher eine Glatze machen? Mein Gott, ich habe sie von der Nase. Ja, dann zieh, so wie ich zieh, Mädchen. Komm, zieh. Zieh. Wer würde eher das Land verlassen? Alles. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Nicht? Nein. Er würde seine Schwester verkaufen. Ich würde eher Drogen nehmen. Boah! 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 So Leute, ich danke, dass ihr zugesehen habt. War lustig. War lustig. Ja, danke. War lustig. War echt funny. Danke der Alex und Steffi, dass ihr mitgemacht habt. Wir danke. Danke. Danke für die Anladung. Und ja, wie gesagt, Laura, danke fürs Vorlesen. Danke. Danke, Laura. Komm her, Laura. Abos, Likes, da lassen, teilen. Und natürlich alles erwünscht. Vielen Dank für euren Support. Macht weiter so. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.